Liebe Schweizerinnen und liebe Schweizer, ich habe eine ganz wichtige Botschaft für euch und zwar, wenn Sie das Tessin lieben, bleiben Sie zu Hause. Kommen Sie nicht hierher für die Osterferien, seien Sie solidarisch mit uns Tessinerinnen und Tessiner. Die Situation ist wirklich schlimm in der ganzen Schweiz, aber vor allem hier im Kanton Tessin und es ist ganz wichtig, dass wir alle zu Hause bleiben. Darum bitte, wenn Sie das Tessin lieben, bleiben Sie zu Hause. Uniti, ce la faremo. Dankeschön, grazie.